Detektiv Superintendent Schenk? Wir müssen wissen, wo er ist. Ich weiß, er sitzt im Gefängnis. Nur ist er nicht mehr im Gefängnis. Natürlich nicht. Sie haben versprochen, dass Sie mir helfen würden? Wissen Sie, was meinem Sohn angetan wurde? Ich muss diesen Mann aufhalten. Ich bin immer noch ein Bulle. Jetzt nicht mehr. Und wenn Sie sich weigern zu kooperieren, erschießt die taktische Einheit sich. Er plant irgendwas. John, ich habe Ihnen direkt in die Augen gesehen. Weil ich neugierig war. Ich wollte wissen, ob Sie es mir ansehen können. Denn das ist es doch, wer Sie sind. Oder nicht? Der Mann, der alles weiß über Menschen wie mich. Wieso macht er es öffentlich? Er will, dass die Welt glaubt, er sei. Ein wahrgewordener Albtraum. 20 darauf, dass ich ihn kriege, bevor Sie mich kriegen. Sagen wir 50. Ich kenne diesen Mann. Ich kann damit leben, was sein muss. Nehmen Sie mich jetzt mal. Ich habe meinen Spaß. Soll der Albtraum beginnen. Denn ich bin bereit. Toll Lex Kraut. Soll der Albtraum. Untertitelung des ZDF, 2020